hallo meine lieben hier ist natascha mit einem neuen video für euch und zwar basteln wir heute mit den neuen stanzen von all and create ich habe hier als anfang eine mold beziehungsweise eine schon fertige eigentlich wachsfigur aber ich habe das aus lufttrocknenden masse gemacht und ein herz was ich vorher schon mal umhekelt habe als grundlage für meine karten idee genommen ich habe von all and create zwei neue stanz sets das erste seht ihr halt heute und das zweite werde ich wahrscheinlich demnächst noch benutzen ich hatte vorab schon getestet und quasi die stanz schablonen ausgestanzt jetzt habe ich mir gedacht dass ich für meine karte auf jeden fall einen restepapier hintergrund machen möchte und habe halt ein drucker papier jetzt auf die etwas ja ich sag mal auf etwa die größe der kleineren stanze zugeschnitten das habe ich pi mal daumen gemacht markiere mir natürlich jetzt wie immer meine diagonalen damit ich dann meine papierstreifen daran ausrichten kann wie ihr wisst bin ich ja restesammler und ich habe halt je nachdem was ich gerade am machen bin auch streifen und sonstwas schon vorbereitet ich habe mit dem vintage foto distress stempelkissen einem action schwämmchen beziehungsweise blending tool nennt sich das es ist aus kunststoff damit trage ich an den kanten die farbe auf und mit dem teki glue vom action das was ich halt in eine kleine flasche umgefüllt habe klebe ich das ganze fest am anfang habe ich das ganze natürlich aufgenommen damit den anfangs prozess sozusagen seht aber das wird gleich glaube ich nach zwei drei streifen auch aufhören weil das mache ich dann nicht vor der kamera das ist etwas was bei mir quasi auch gewisse zeit dauern kann und ich mache das relativ entspannt ich stresse mich da nicht basteln soll er spaß machen soll einen auf andere gedanken bringen oder dass man einfach abschaltet also das ist für mich zumindest so eine kleine sag mal eigentherapie und da muss es halt die schnell schnell gehen ich bin kein fan von karten die in 15 und fertig sind deswegen sind meine karten wahrscheinlich auch so aufwendig ich nach 17 jahren hat man so vieles gelernt man möchte auch so viel material wie möglich verwenden die man hat dafür hat man sie ja und ja ich gebe natürlich das ganze fertig das seht ihr hier das war eine von meinen kreativ bunt rechnungen naja man kann halt alles benutzen schmierzettel sind halt schmierzettel und jetzt stand sich mir das ganze mit der kleineren stand schablone aus das heißt ich habe dann tatsächlich auch schon das ganze in form gebracht dadurch dass ich mit flüssig kleber das ganze vorher aufgeklebt habe gehen auch die streifen nicht mehr ab ein paar von den lochungen sind nicht rausgefallen dass da kann man halt sehr schnell nachhelfen man nimmt eine prickelnadel oder etwas ähnliches und drückt sich halt die letzten für elemente raus das ist etwas was ich aus einem verpackungsmaterial von ich glaube einem mft stempel set ausgestanzt habe das ist die größere stanze die habe ich halt schon vorher fertig gehabt ich trenne mir nun auch da die elemente die rausfallen sollten man muss dazu sagen auf einer a6 karte würde das zwar auch passen aber dann stehen halt elemente raus und ich bin da irgendwie kein fan von man kann die karte nicht vernünftig hinstellen deswegen habe ich mir überlegt meine karte selber anzufertigen also kartenrohling selber zuzuschneiden aber vorab habe ich überlegt dass ich mir einfach noch eine mattung eine kleine zwischenebene sozusagen bastel und habe erstmal einfach nur die kleinere stand schablone genommen und mit dem bleistift das ganze nachgezogen und später ausgeschnitten ist in dem fall ein fehler von mir ich habe nicht darauf geachtet dass diese stand schablonen so nah am rand aus stanzen dass man da keine kante mehr quasi zwischen hat als ich das ausgeschnitten habe habe ich festgestellt das gefällt mir gar nicht also habe ich mir dann mit einem schmierzettel das ganze noch mal nachgezogen und mir etwa ein millimeter drumherum noch dazu gemalt und an der äußeren kante habe ich mir dann halt die schablone zurecht geschnitten also ihr habt quasi nur ein sehr feinen übergang zwischen eurem design papier beziehungsweise design papier aus resten und dann der mattung das hat mir überhaupt nicht gefallen aber das ist halt nichts was man nicht retten kann es ging wieder in meine restekiste wird für was anderes benutzt da ist es gerade und da gucke ich ob das den abstand hatte nicht gerne hätte da sieht gut aus wird natürlich ausgeschnitten die schablone wird aufbewahrt die kann man dann halt später wieder benutzen hier habe ich ein stück kraftpapier genutzt das erste war aus meiner restekiste das kam jetzt aus dem schrank dass es halt nicht irgendwie vor perforiert oder ähnliches das hat keine marken aber ja da habe ich mich halt auch weniger geärgert dass sich beim ersten ausschneiden nur ein stück restpapier hatte was sozusagen eher in der restekiste lag da ist halt nicht schade drum gucke ich ob das wirklich auch so passt sieht gut aus und auch der hintergrund passt sehr gut und da hat man halt auch etwas mehr abstand ich weiß nicht ich man kann natürlich das weglassen aber ich bin einfach gewohnt immer mit mattung zu arbeiten hier probiere ich das ganze mit einem a6 karten rohling aus und merke dass das halt etwas übersteht habe dann in etwa ausgemessen wie groß die große stanz das große stanz element ist das ist 11,8 mal 15,7 in etwa habe mir dann halt vier millimeter pro seite dazu gedacht und das ganze auf eine klappkarte hochgerechnet da sind am ende dann 24,4 x 16,1 cm die ich mir dann halt als karten rohling zuschneide dafür nehme ich das action aquarellpapier einen großen hebel schneider bei den großen größten funktioniert mit dem kleinen halt nicht das habe ich jetzt außerhalb der kamera gemacht weil es ganz schön viel platz wegnimmt und dann habe ich meinen tonic studio trimmer ja doch trimmer dazu geholt zum prägen damit ich halt die falls mitte habe bei 12,2 zentimeter habe das ganze mit einem falls bei nachgezogen einfach umknicken kannte an kannte legen und dann von der mitte aus in die beide in beide richtungen das ganze ausstreichen und jetzt haben wir einen größeren rand zwar aber dadurch dass es weiß auf weiß ist hat das irgendwie was und ja ich habe das so belassen weil es mir gefallen hat ist jetzt halt kein standard größe aber muss ja nicht sein hier ist übrigens das herz was wir vorher schon hatten das ist eine action stanz schablone aus einem älteren set das ist ein herz set gewesen und eins davon hat halt diese lochung und die eignet sich halt perfekt für meine um häkelte variante das heißt einfach mehrere schichten aus pappe gestanzt geklebt und später dann um häkelt ich möchte das herz von innen noch verkleiden deswegen nehme ich mir auch die stand schablone wieder zu zur hand ein bleistift und male das herz von innen das heißt ich möchte das innere herz da war irgendwas nicht aufgemalt worden fangen an zu schneiden das habe ich tatsächlich vor der kamera gemacht und der nächste fehler ich habe festgestellt ups da sind ja zwei schichten papier ich weiß nicht ich habe die irgendwie nicht auseinander getrennt und einfach in meine restekiste geschmissen das ist übrigens auch ein action papier das ist ja ein bisschen geprägt dass wie heißt das so schön dass es perlmuth vorabend ich habe vom von nanny snell so ein da ist das zweite herz übrigens da beide seiten naja egal ich habe die kanten angeraut das ist halt ein distress tool nennt sich das das hat halt mehrere klingen und damit könnt ihr euren rand aufrauen und ein bisschen kaputt schleifen dass das kann man auch mit einer schere oder mit einem nagel machen hier nehme ich mir meinen fertigen hintergrund und färbt noch die kante mit distress vintage foto 1 ich mag halt diese geschnitten kanten nicht man sieht dann halt das papier durch und ja das machen wir jetzt auch mit dem aufgerauten herz so bastle ich übrigens auch wirklich also ich gucke was ich dann noch dazu benutzen kann hier habe ich mich entschieden meine weißen restdose mal zu nehmen und zu gucken was ich da alles finde habe mir eine größere kiste genommen da alles ausgeschüttet und ja dann gucke ich was ich habe habe mir überlegt dass ich zum thema vintage natürlich auch spitze sehr gut passt habe dann die spitze die ist ein bisschen creme farben würde ich sagen zwei stücke abgeschnitten ich werde davon tatsächlich am ende nur eins benutzen aber zu der zeit habe ich gedacht das würde vielleicht passen habe dann noch ein bisschen back up fallen rausgeholt und auch das wird nicht zum einsatz kommen aber ich experimentiere probiere mich aus und erst wenn ich dann zufrieden bin wird der rest dann weg geräumt man neigt ja oft dazu neuere sachen zu nehmen weil das einfach bequemer ist aber ich sammle halt wirklich so ziemlich alles was ich wieder benutzen kann und ja hier habe ich mich entschieden das ganze schon mal mit klebestift aufzukleben auf meine mattung weil ich weiß dass ich das später auf jeden fall nähen möchte aber um mir halt nicht doppelte arbeit zu machen nähe ich erst nachdem ich dann meine spitze schon drauf habe und meine schnur das heißt diesen bereich werde ich einfach auslast das muss ich dann nicht nähen man sieht das ja sowieso nicht außerdem ist das viel höher und macht das mit der nähmaschine nicht gerade einfach hier ist übrigens die schnur davon trenne ich mir drei etwa gleich große streifen ab und fixiere sie auf der rückseite entschuldigung meine stimme bricht heute und natürlich mit teser film das sieht man nicht und es erfüllt seinen zweck wird hinterher quasi auf der karte aufgeklebt und man sieht es nicht man also wenn man es jetzt zum beispiel nicht im video gesehen hat und ich weiß wie ich normalerweise basteln würde man noch nicht mehr auf die idee kommen hier ist übrigens der zweite streifen mit dem mit der spitze ich probiere aus aber irgendwie finde ich das dann doch ein bisschen zu viel also wird das weggelassen so die grundidee quasi verworfen aber das ist halt so man überlegt sich beim basteln und guckt was man an material da hat hier ist übrigens eins von jina k stempel set dass ich inzwischen ja mehr oder weniger sammle ich kaufe mir die kids sofern sie mir gefallen und noch verfügbar sind entweder gefallen sie mir gar nicht oder da ist irgendwas dabei was mir nicht gefällt oder wie das letzte mal ich wollte es haben und ja das war so schnell ausverkauft ja pech gehabt sage ich mal ich habe mich für den großen schmetterling entschieden und ich möchte diesen auf transparentpapier embossen das heißt ich bereite das ganze vor habe das mit einem antistatischen kissen den bereich den ich bestempeln möchte quasi abgetupft habe meinen stempel vorbereitet indem ich mit den fingern das ganze abgefahren habe damit die farbe besser hält und versuche dann jetzt mit dem mit dem watermark stempelkissen zu stempeln beim ersten versuch war in der mitte leider noch ein bisschen platzfrei das heißt ich musste noch ein zweites mal stempeln da hilft halt auch das falls bei das beim anlösen des stempels das papier nicht verrutscht auch nach dem zweiten abstempeln war das noch nicht perfekt aber es war fast deckend deswegen habe ich das so gelassen ich wollte es nicht riskieren mir das ganze noch komplett zu versauen ich habe diesmal kupfer genommen als embossing pulver ich föhne mein emboss das motiv am liebsten von unten und gucke dann ob ich alle stellen erwischt habe oft hat man irgendwas übersehen übrigens ist das embossing pulver von ranger ich werde natürlich wie immer alle zutaten ich benutzt habe sofern ich das nachvollziehen kann in der infobox für euch hinterlassen ohne irgendwelche verlinkungen das heißt ihr könnt euch die produkte bestimmt im internet irgendwo finden in euren lieblingsläden ich möchte an dieser stelle keine werbung für irgendjemanden machen nachdem stempeln wie immer eure stempel sauber machen und wegräumen damit sie halt hinterher nicht suchen müsst habt dann mich für den spruch hello entschieden der ist halt relativ neutral benutze ich hier wieder ein stück restepapier auch hier wieder vorbereiten den stempel mit den fingern abstreichen sage ich mal vorbereiten dann mit dem watermark natürlich abstempeln embossing pulver drüber schmierpapier drunter nicht vergessen damit ihr euren überschuss auffangen könnt und später ins döschen zurück tun könnt da war irgendwas so zwei kleine bröckchen die daneben waren das kann ich mit dem pinsel weg fegen und wieder von unten heiß machen gucken dass alle stellen erwischt sind das seht ihr sobald das anfängt zu scheinen also zumindest bei metallischen das ist dann halt geschmolzen und wenn es einheitlich aussieht dann seid ihr fertig also lieber zu wenig und öfters versuchen zu schmelzen anstatt wirklich sehr lange an die gleiche stelle zu halten da neigt das pulver irgendwann zu verbrennen und dann habt ihr einen matten effekt obwohl es eigentlich glänzend sein sollte und das sieht halt bescheiden aus das schöne bei den gina key sets ihr kriegt nicht nur die stempel ihr kriegt auch die passenden stanz schablonen dazu auch sprüche zum beispiel wie in dem fall werden mit ausgestanzt deswegen habe ich mir das zu hilfe genommen habe natürlich vorher das ganze festgeklebt damit bloß ja nichts daneben rutscht beim stanzen kann es durchaus passieren dass euch die schablonen verrutschen hier habe ich das transparent papier zurecht geschnitten weil so ein großes stück passt einfach nicht durch meine a5 stanz maschine auch da klebe ich mir das ganze mit einem leicht klebenden klebeband das ist übrigens das lila masking tape vom action und jetzt das ganze ausstanzen also normalerweise fühle mich das nicht mit aber in dem fall dachte ich vielleicht hilft es euch meine platte meine große platte ist magnetisch aber auch das kann manchmal ein hindernis sein dass die schablone dann halt dahin springt wo der magnet sitzt und da sind halt immer nur einzelne kreise sage ich mal die wirklich magnetisch sind und nicht die ganze platte und da ist halt das kleben oder das festkleben auf jeden fall die sichere variante ich meine auch da mache ich ich mache das auch nicht immer und dann mache ich dann ein fehler verrutscht etwas und dann ärgere ich mich darüber weil ich es eigentlich besser wüsste deswegen ich habe mich entschieden auch die wörter oder das wort hello mehrmals so hinterlegen damit das halt etwas stabiler und höher sitzt und benutze ich diesmal kein klebeband weil es geht ja nur darum dass ich halt diese drei schichten einfach ausstanze und dafür ist das mehr als ausreichend ich habe übrigens auch den schmetterling aus dem gleichen papier aus dem ich freuen das herz ausgeschnitten habe ausgestanzt und klebe das unter meinen unter meinen im boston schmetterling mit klebestift mein gott manche fädeln fehlen die wörter ich habe das mit der nähmaschine in der mitte mit einem zick zack muster festgenäht das heißt die elemente sind jetzt bombenfest die gehen nicht mehr auseinander verstecke noch die restlichen fäden ich mag das nicht wenn die fäden raus gucken deswegen ziehe ich sie gerne nach hinten ich präge mir hier die flügel vom weißen schmetterling das transparentpapier biegt sich von alleine das ist halt das ist halt einer der merkmale von transparentpapier dadurch dass es so fein und so dünn ist hat allein dieses im boston schon ausgereicht damit das papier sich schon welt aber in dem fall ist es halt dass die flügel nach oben gehen und mir eigentlich helfen hier klebe ich dann die ganze drei schichten unter das hello beschwere das ganze gucke dass da nichts verrutscht weil ab und zu ist das so wenn das gewicht drauf liegt gerade bei kleinen elementen rutscht das auch gerne mal so einen halben millimeter zur seite und das sieht dann doof aus deswegen kontrolliere ich das ja das sind schon soweit unsere fertigen elemente ich habe mich entschieden das ganze jetzt schon auf meinen großen gestanzen element aufzukleben aber natürlich mit abstand weil das also die spitze und auch das garn was ich benutzt habe sehr viel höher sind und halt dann das ganze nicht flach flach aufliegen würde und hier helfe ich das ganze anzupassen indem ich eine dünne pappe benutze wie immer das sind einfach irgendwelche rückwände von alten action blöcken die ich wie gesagt aufbewahre was man benutzen kann schmeiße ich einfach nicht weg und das geht mir manchmal ein bisschen gegen das was ich eigentlich machen möchte aber ja das ist ein anderes problem ich glaube das ist so ein bastler thema naja auf jeden fall habe ich das ganze jetzt angepasst von der höhe und kann das jetzt auch auf den unteren aufkleben aber bevor ich das tue habe ich mir gedacht ich könnte das ganze noch ein bisschen an der oberen linken kante noch mit dekoration versehen indem ich einfach transparent papier nehme dahinter lege und mit dieser film auf der rückseite festklebe bevor ich dann das ganze dann mit dem und mit der unteren weißen weißen schicht verbinde ich reiße mir einfach das grob zu wie ich das in etwa mir vorstelle da ist auch kein großes thema es muss nur ein stück dann raus gucken das verbindet dann das ganze thema vintage und ich hatte bei dem hintergrund zum beispiel ganz feine kupfer oder bronzefarbenes design papier beziehungsweise metallik papier zwischen und ich habe mit kupfer emboss und hier würde auch halt ein stück kupfernes papier sehr gut passen ich habe leider kein doppelseitiges klebeband mehr gehabt das heißt normalerweise hätte ich das ja zum aufkleben benutzt mit kombination von flüssig kleber aber auch flüssig kleber alleine funktioniert super es braucht nur halt länger zum trocknen hier habe ich auch dann tatsächlich die spitze und das garn noch mit mit kleber versehen drücke das ganze auf meine karte beziehungsweise auf meine größere weiße stanzelement und ja jetzt experimentiere ich dann mit der kombination aus den großen elementen wie ich den gerne so zusammenfüge habe ich entschieden das herz noch mit den nägeln noch ein bisschen weiter zu distressen klebe das mit flüssig kleber dann direkt auf das herz auf ich habe eine also hier habe ich das nouveau wie heißt das nochmal crystal drops in der farbe copper penny also kupfer fennig das war länger schon in meinem regal es war verstopft da hilft es tatsächlich mit der nadel das durchzupiksen habe dann ein bisschen davon was raus gedrückt auf meine glasplatte und fährt mir mein luftgetrocknetes element was wir in wachs siegel von der form her darstellt das ist übrigens auch eine meiner neuesten molds von prima da musste ich auch sehr lange drauf warten die musste in amerika bestellt werden und zu mir geliefert werden aber ich bin so happy dass ich die habe ich finde die so wunderschön und das ist halt nur eins der elemente und irgendwie hat mir der schmetterling diesmal halt zugesagt und ja natürlich nach dem fertig bemalen fingerchen sauber machen eure arbeitsplatte und die nadel natürlich auch falls ihr sie wieder benutzen wollt natürlich ist das element noch nicht ganz trocken deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig damit umgehen ich gucke was ich da wie ich das ganze anordnen dass es mir auch gefällt habe ich dann entschieden das herz auch noch ein bisschen zu hinterlegen habe dann meine pappe erst mal zurecht genommen und ja hier schneide ich mir sozusagen mehr oder weniger ein grobes herz zu ich gucke dass die löcher vom herzelement nicht verdeckt werden damit halt die pappe nicht raus guckt auch wenn die rückseite jetzt weiß ist das würde jetzt nicht groß auffallen aber ja das ist ein kleines problemchen von meiner seite es muss halt irgendwie so ein bisschen ja ein bisschen perfektionist hängt bei mir manchmal raus hier habe ich wieder transparent papier da gucke ich wie mir die anordnung gefällt in dem fall ist das so dass ich das mehr oder weniger nach oben und unten raus ziehe transparent papier ist halt das durchsichtigste deswegen benutze ich das oft zuerst und dann kommen halt die sichtbaren elemente wie zum beispiel hier ein stück altes buch beziehungsweise buchseite da aus einer buchseite könnt ihr so viele karten gestalten das glaubt ihr gar nicht das kupferne papier da so ein streifen das habe ich mal von einer freundin geschenkt bekommen und davon habe ich auch ganz ganz viele aber dadurch dass man die elemente nur zum teil seht macht es auch nichts die vorher zu zerteilen aus meiner restekiste zum beispiel stammt dieses element das ist glaube ich von wenn ich mich nicht täusche von alexandra renke eine stanz aber ich werde sie noch raussuchen ich habe die für irgendein projekt gestanzt aus kraft papier und dann kam es dann doch nicht zum einsatz aber zum wegschmeißen ist das halt so schade also wird das aufbewahrt hier habe ich noch mal ein stück buchseite oben und unten angeklebt so dass man es halt auch noch sieht und ich fixiere halt alles auf der rückseite mit teser film weil das sieht keiner es hält alles fest bevor der kleber drauf kommt ich muss da nicht rumfriemeln es hilft mir einfach aus einem größeren stück transparent papier habe ich mir noch eine weitere schicht gerissen gestanzt ist es ja nicht und zwar damit sich das ganze auch vom hintergrund ab abhebt es ist ja schon so dass der hintergrund relativ ich sag mal aufwendig beziehungsweise unruhig ist und damit das ganze halt sich nicht überlappt und der übergang irgendwie auch noch da ist transparent papier halt wirklich eine schöne schicht ich habe auch wie ihr seht metallic garn benutzt ich hatte ja die rolle war schon sage ich mal geöffnet und da waren halt knotten knoten entstanden das ist halt bei metallic garn das ist sehr sehr fein oft schwierig das ist auch ich sag mal ich habe das früher sehr gerne zur fadengrafik benutzt da muss man halt sich ein bisschen auseinandersetzen und rumfriemeln damit man die knoten auch wieder lösen kann und deswegen habe ich das irgendwie auch im bild gelassen hätte auch wegschneiden können aber ja das garn habe ich übrigens bei aliexpress bestellt da habt ihr gerade die rolle im bild gesehen also das werde ich wahrscheinlich in meinem leben die auf brauchen auf jeden fall ist das ein braun metallic aber ich finde das hat halt so ein bisschen den kupfer effekt und deswegen habe ich das jetzt für die karte benutzt klebe auch das wieder auf der rückseite mit tesafilm fest damit mir die aufgewickelten ringe nicht aufgehen das ist leider auch so metallikgarn bleibt nicht gerne an auto stelle wie baumwollgarn mit flüssigkleber wird das ganze natürlich aufgeklebt beschwert damit der kleber auch wirklich setzen kann hier nehme ich mir noch mal das metallikgarn und mache weitere schlaufen hier ist eine kleine mit zwei fingerchen quasi gemacht und die klebe ich hinter meinen schmetterling auch da ist es vom vorteil dass der schmetterling aus zwei schichten besteht das heißt man kann auch das was ich auf der rückseite festkleben nicht sehen für den für die zweite schlaufe habe ich mir überlegt das ganze direkt oben auf den schmetterling zu setzen als deko element und ja meine kamera ist ausgegangen ich habe mit einer mit einem tacker das ganze dann festgemacht jetzt ordne ich die elemente an habe hier noch aus meiner restekiste noch ein schmetterling gefunden ich glaube das ist einer von 6 auch das weiß ich finde werde ich natürlich auch in infobox park packen unter den schmetterling habe ich noch den rest von dem gestanzten filmstreifen noch untergeklebt und ja dass den wachs siegel der ist wie gesagt aus luft trockenen masse deswegen habt ihr gesehen die rückseite ist jetzt nicht gerade eben aber auch da ist flüssig kleber eine große hilfe wichtig ist halt nur hinterher das ganze noch mit gewicht fest zu machen das heißt dass der kleber auch wirklich ins papier setzen kann hier seht ihr schon mal die rückseite auch die wird natürlich auf den kartenrohling aufgeklebt ich benutze hier wieder flüssig kleber wie gesagt mein doppelseitiges klebeband ist zurzeit leer aber flüssiger kleber geht immer einfach den kleber großflächig verteilen auf die karte beziehungsweise auf den kartenrohling aufkleben andrücken wie immer vor dem aufkleben gucken dass ihr auf die richtige seite klebt damit die karte in die richtige seite aufgeht woher ich das naja ist mir auch schon mal passiert dass ich das anders geklebt habe man kann das aber auch wiederum retten man muss einfach nur den den rohling zerschneiden das heißt die erste schicht wird dann halt auf eine weitere karte geklebt hier gucke ich was ich an deko elementen an streuteilen und halbperlen und so zur verfügung habe in der verpassenden farbe habe dann halt bei braun und kupfer geschaut eigentlich habe ich gedacht ich hätte noch fertige novo drops mit der gleichen farbe die ich jetzt vorhin auch zum wischen auf dem wachs siegel benutzt habe aber irgendwie habe ich das nicht gefunden deswegen müssen halt jetzt halbperlen von action her halten ich drücke erst mal drei pünktchen mit dem flüssig kleber um meine ja auf meine karte in so quasi in mehr oder weniger in einem dreieck verteile ich die das sind jetzt die großen halbperlen ich habe mich für das hellere braun entschieden hier ist meine lampe ausgegangen weil mein handy anscheinend voll war deswegen habe ich die lampe wieder eingeschaltet und ja jetzt verteile ich weitere pünktchen wieder drei stück für die kleineren halbperlen das sind auch die letzten kleinen die ich hatte in der farbe deswegen mussten halt auch andere elemente herhalten die das ganze noch erweitert haben ich habe hier kleine pailletten in flach auch wirklich mini klein die sind vielleicht drei millimeter und die haben auch eine lochung mit meinem wachsstift kann ich das ganze anheben und dahin platzieren wo ich die kleber punkte gesetzt habe habe mich entschieden noch eins oben zu setzen die dreiecke helfen mir natürlich beim wegschütten dieser elemente habe ich dann entschieden das ganze noch weiter zu verzieren ich war irgendwie total im rausch also manchmal sind es wirklich nur drei elemente drauf kommen manchmal sind es 300 nein 300 nicht aber ganz viele ich habe von pink studio diese glitter drops wie sie heißen in champagner die habe ich dann auch mit aufgeklebt ich finde irgendwie die haben was also hätte ich vorher gewusst dass so kleine dabei sind hätte ich wahrscheinlich noch mehr bestellt aber wir sind jetzt mit der karte fertig ich hoffe das video hat euch gefallen ich würde sagen bis zum nächsten video bis dann hier und und Vielen Dank.